Musik Hi, ich bin jetzt hier in der Mensa und warte schon ganz gespannt auf alle, die auch beim Mensa Battle mitmachen wollen. Ihr wisst nicht, was das Mensa Battle ist? Dann schaut mal bei uns rein. A, B oder C? Das ist die große Frage, vor der Maurice Etoile jeden Tag steht. Denn der kreative Gründer von Mensa Battle bastelt gerne lustige Bilder aus unserem täglichen Kantinenfutter. Wir haben die Mensa-Gänger-Konkurrenz getestet und sie gegen das Mensa Battle Team antreten lassen. Ihr denkt, Frisbee ist nur was für Socken in Sandalenträger im Sommerurlaub? Da liegt er wohl falsch. Das Ultimate Frisbee Team der Uni Saarbrücken beweist wahre Sportlichkeit und verrät Techniktipps und Spielregeln. Unserem Hidden Champion, den wir euch diese Woche vorstellen werden, wurde tatsächlich mal der Titel Hidden Champion verliehen. Mit seiner Firma Grabo Tours schickt er Rollstuhlfahrer in den Urlaub und ermöglicht einen ungehinderten Aufenthalt. Ihr wollt wissen, was man bei Mensa Battle gewinnen kann? Wir geben euch die Infos am Mittwoch um 18.18 Uhr bei eurkater.v. Also einschalten! Musik 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 Musik